Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Mileys Welt. Meine Lieben, schaut mal, was Mileys macht. Die schaut unser Video an. Welches Video schaust du an, Mileys? Siebenarten Game Master. Siebenarten Game Master schaut sie an auf Mileys Welt. Wir sind fertig. Wir gehen auf Berats Geburtstagsparty. Mileys, was hast denn du an? Mileys hat ein Kleid an. Das passt eigentlich vor, so Weihnachten. Echt? Nee, das ist super die Farbe. Das Kleid hat sie noch nie angehabt und jetzt heutzutage das erste Mal. Und gleich kommt der Papa runter. Papa! Und unser Ehrengast kommt auch schon rein. Hey, bist du hübsch? Zeig mal. Bist du fertig für die Geburtstagsfeier? Beratsgeschenke warten im Auto. Da hat Papa ein Loch reingemacht. Macht nichts. Der macht eh auf. Stört den Berat nicht. So, Mama hat Kartoffelsalat gemacht. Mileys rennt schon vor. Hast du Geburtstag, Berat? Ja, ich schau mal. Hä? Ui, ist das schön. Oh, ist der laut. Berat, zeig mal, da geht eins auf. Berat, sind wir hier fast? Na ja. Ciao. Bier. Kitts. Wow, cool. Nochmal. Nochmal. Anstrengend. Hallo. Hallo. Vlogsch du heute? Ja. Auf Cihanovic? Mhm. Okay. Können wir da sehen, was du machst? Rüberschalten. Happy Birthday to you. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020